Ich bin selbst im Stadion, im Camp Nou, was wir hier leider gerade nicht sehen. Ich habe eh schon eine Aufnahme gehabt, ich habe vergessen auf eine Aufnahme-Button zu drücken, das war so doof. Ich war so überrascht, ich so, hä, was, hm, hm? Oh ja, fucking Konami hat ja die Sonderlizenz für Camp Nou, deswegen kein Camp Nou hier im Spiel. Leider Gottes, nix gegen Konami, das war so, ihr kennt ja so, bam. Außer, ansonsten feiere ich eigentlich Konami an sich schon. Äh, ja, in der Aufnahme davor, wie gesagt, da habe ich sehr gut gespielt. Zur Halbzeit, 3 zu 1 Torschüsse. Äh, für mich. Aber wir haben wirklich gut dominiert. Aber wir haben dann 0-3 verloren. Da habe ich jetzt schon, aber wie gesagt, wirklich die Aufnahme kaputt. Äh, also kaputt, äh. Oh, in der Ecke. Hau dir den da in den Winkel rein, Alter. Auch Hinti, Mann. Mein Ernst. So unnötig. Und du hattest... Na ja. Was ist denn? Oh, was macht ihr denn? Hinti, ey. Ach, Hinti, ey. Vor allem hast du auch bei den Fans nichts gehört. Die ganze Zeit nicht. Erst nach dem Tor. Hier ist es genauso. Okay, das war ja relativ früh. Das wollte ich mich hier. Aber, wir konzentrieren uns natürlich auf Eintracht Emotion. Auf dem Orakelkanal. Ist nun alles... Ja, sachlich. Als... Kommentator. Schön. Guter Ball gewinnen. Ja. Guter Ballverlust. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Gut gefallen. Oh, 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 oh. Det ist, komm, da schon. Komm. Schöne Ballverlust. Kastisch. Gnaap. Ach, das gibt's doch nicht. Ah, boh, eh. Hab ich genau gesagt, genau. Schön. Tore. Tore. Knopf. Ach, komm schon. Oh, wenn die. Nee, nee. Ah, ja. Was war das denn? Nix. Huh. Ist doch noch nicht im Aus. Seck, seck. Ah, da. Gut. Das kann ich dann die geben jetzt jeden Ball. Wir kommen kaum hinten raus, Mann. Jetzt. Schön. Ja, aber jetzt so, Mann. Zu einfach. Oh, ich komm gleich die Ahnung. Wir müssen das Ding machen, ey. Und Pressing ein bisschen? Ja. Ja. Nee, nee. Jawoll, schön. Oh, ja. Wirklich weit rum? Ja. Die Brissau. Diesmal macht er es nicht im Hinspiel. Und es stand noch ein Fragezeichen vorm Spiel. Nice. Geil. We are back. Und Hinti gibt einen besonderen Dank dahin. Und jetzt sind natürlich die Frankfurter Fans direkt da. Die 30.000. 25.000 bis 30.000. Ach. Uff. Rude. Rude. Für jeden Fall. Ein Dicker. Ist aber auch Abseits, will ich sowas sagen. Na, natürlich ist es jetzt nicht durch, erinnert mich an Freiburg, abseits 12, aber der stand eben, hätte aberkannt werden müssen, wenn er reingegangen wäre, also Real Life hier jetzt eh nicht, war für mich ein deutliches Abseits, weil der Abseits stehende Spieler schon irritiert hat. Oh, schön, komm, Alter, komm, Bucke, wirklich auch schade, aber ich habe auch erst gehört, der andere gesehen, ja, aber wir haben probiert, ach so, wenn er ein bisschen besser trifft, wenn es lange die Eck geht. Why not? Oh, ihr könnt auch sehen, jawohl, das war halt schön. Schon mal gut. Schön. Ah, schade, wollte ich flach machen. Oh, ich weiß nicht, oh, das war total, ja, Kamerabwinkel. Ach, komm, war es eng. Ha. Ich denke sie. Oh, ja, komm, prob. Schuss! Oh, jawohl, Kamerabwinkel. Oh, wie frei standen Barcelona da. Im Mittelfeld waren vier, fünf Frankfurter frei. Nice. Sie drehen das Spiel. Da sieht man, wie viel Platz da ist. Okay, zwei, drei. Einer hat sich nach links verabredet. Boah, Frankfurt kurz und knapp vor der Sensation halbe Stunde noch. Wie geil ist das denn? Wenn das wirklich so kommen würde, dann weine ich. Ich schwöre es euch. Hab schon angekündigt. Allen. Schön. Schöner Ball. Komm, knapp. Hören. Ach, warte, oh, wie sitzt da keiner jetzt. Nicht zu vier bitte. Wo er in der Art im Beleg kommt. Wie langsam ist der denn? Also, mein Spieler. Komm. Schön. Ho ho. Oh, schöne Zeitverlagerung, oh ja. Du wieso sagst keiner, komm? Ah, dass da keiner gerade hingelaufen ist in den Raum. Nein, wieso geht da keiner gerade hin? Komm zurück, Jungs. Nein, 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 jetzt klingelt's, oh nein, jetzt klingelt's. Na, bei der Berührung, man hätte sich da komplett direkt hingeschmissen und versucht eine Elfmeter heraussuchen. So, ja, ich hab Rode mal drin gelassen. Komm. Ja, okay, ich hab Rode, komm. Bitte, bitte. Äh, ja. Ich muss raus, ich muss raus. Ich bin jetzt so ein Kacktor, jetzt. Kein Tor, kein Tor, keine Ahnung, keine Ahnung. Und jetzt, komm, 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 komm. Und wenn, dann wär's eh nur. Es reicht los. Ja, 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 ja. Knauf, schön. Nein. Räuschen. Ja, so gibt's. Ja, ich fasse sogar rot. Jawoll, ja, hau den Ball weg, ja, wir sind im Halbfinale, ist das geil, Alter, das wäre ein Halbfinale, wenn es wirklich so kommt, nice Jungs, Mädels, geil, wir schmeißen, Barcelona, raus, Gewinn im Camp Nou, Deitsch, Kamala, mit einem Tor, er hatte Bock von Hinteregger, da kann er einen dicken, dicken ausgeben, einen dicken Kasten, Anso und Kamala, dass die seinen Fehler wieder wettgemacht haben, ich sage hier auf jeden Fall, Ari Widerci, 4 Winterfuss einschalten, wie gesagt, auf meinem Orakelkanal kommt auch ein Video zu dem Spiel und ich sage Ari Widerci, bis dahin und ciao, ciao.